Ja, das Besondere ist einfach, dass wir an der Eva-Hüser-Schule Fachdozenten haben, die aber alle noch selber als Physiotherapeuten tätig sind. Und gerade wir haben in unmittelbarer Nähe unsere eigene Praxis. Wir leben einfach hier an der Eva-Hüser-Schule wirklich unseren Auszubildenden vor, wie toll dieser Beruf ist und was man mit diesem Beruf alles bezwecken kann. Die Nähe zum Menschen und können von unserer Begeisterung einfach anstecken. Das ist das Besondere daran. Mein Name ist Alexandra Warschuhn. Ich bin schon seit fast zehn Jahren als Dozentin an der Eva-Hüser-Schule tätig und jetzt seit Januar diesen Jahres in der Rolle oder Funktion als Schulleiterin. Und ich glaube, da kann ich wirklich auf zehn Jahre zurückblicken und behaupten, dass es so eine Ausbildung nirgendwo anders gibt, wie bei uns an der Eva-Hüser-Schule. Klein, fein, familiär und qualitativ hochwertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.